Nicht immer so genau eins zu eins in die Choreografie zu gehen, sondern einen Dialog zu machen, indem man eine Spannung erzieht. Wie sieht das dann aus, wenn diese gleiche Choreografie, der gleiche Rhythmus im Körper auf ein anderer höheren Rhythmus gemacht wird? Auf dem Prüfstand hier Lev Ivanovs klassische Schwanensee-Choreografie. Untertitelung des ZDF, 2020 Über 150 Mal hat der Choreograf seit 1973 in den Werkstätten Einblick in seine Arbeit gegeben. Und hier, in dieser offenen Atmosphäre, schlug die Geburtsstunde der tiefen Sympathie zwischen dem Hamburger Publikum und dem anfangs äußerst kritisch beäugten Künstler.